Grundsätzlich kaufen wir gewisse Vorstellungen und Sätze. All das, was wir so meinen, es ist richtig, weil wir eine Seriosität oder eine Wichtigkeit dem Ganzen beibemessen, kaufen wir Menschen ab. Und da ist ganz, ganz entscheidend wichtig, um zu verstehen, ist das überhaupt etwas, was man grundsätzlich für sich hin und her schleppen sollte. Oder ist das irgendwie so ein 1 Euro Mitbringsel, was wir auch bei gewissen tollen Geschäften kaufen können, wo lauter Regale, Bereiche dafür ausgelegt sind, wo man irgendwelchen Mumpits kaufen kann, den man eigentlich gar nicht braucht. Aber die Leute, die gehen da in Scharen hin und hinterfragen gar nicht, muss ich das, was da jetzt gerade liegt, muss ich das eigentlich mitnehmen. Und genauso ist das mit Gedanken, mit Einflüssen, Eindrücken, all das, was dir gewisse Menschen, die über den Weg laufen oder wenn du einen Fernseher von mir auch aus anmachst oder guckst Social Media Bereiche, da musst du dir wirklich die gesamte Rede, all das, was da zum Ausdruck gebracht wird, die musst du dir vor Augen führen. Du musst das Stück für Stück auseinander nehmen, weil ansonsten geht es dir so, wie den Leuten, die da jetzt in diesen tollen, günstigen Läden rumlaufen, die alles in ihren Warenkorb reinpacken und da fragen gar nicht, ob die das irgendwann mal in ihrem Leben gebrauchen. Weil darauf kommt es nämlich an. Benutzt du das wieder, das, was dir da gesagt wird oder schmeißt du das weg oder was passiert damit? Und genau das solltest du jetzt ab sofort in dein Leben mit implizieren und dir sagen, ich verwirkliche das mal und schau mir an, was verwerte ich davon oder was ist überfluss, überflüssig. In diesem Sinne denke daran und bis dann.